Die Besucher machen es sich schon mal am Strand gemütlich, nur das Wasser fehlt bisher noch. Das erste und letzte Mal konnten sie hier über den zukünftigen Seeboden laufen. In Zukunft wird man nur noch danach tauchen können. Denn die letzten Vorbereitungen laufen, um den ehemaligen Tagebau Cottbus Nord in gut einem Jahr zu fluten. Wir befinden uns de facto im Bergfest. Wir wollen ja die Flutungsbereitschaft für den Cottbus der Ostsee im Jahre 2018 herstellen. Im vierten Quartal denken wir, dass wir die Flutung vornehmen können. Das heißt, bis dahin sind noch viele Arbeiten zu tätigen. Hier im Hintergrund laufen die Erdbaumaßnahmen vom sogenannten Kippenabtrag. Heißt eigentlich, 17 Millionen Kubikmeter Erdreich muss bewegt werden, um den Seegrund herzustellen. Mehr als 30 Jahre wurde von hier aus das Kraftwerk Jens Spalde versorgt. 2015 hat dann der letzte Kohlezug den Tagebau verlassen. Dort, wo das aktuelle Gelände die Mindestwassertiefe von zwei Metern noch nicht erreicht, wird derzeit noch Boden abgetragen und umgeschichtet. Bis zu 85 Damper sind dafür auf Rundkurs. Außerdem wird das Ufer und die Inselbereiche gestaltet. Also mindestens wird die Wassertiefe in der Mitte des Sees zwei Meter plus ein Meter siebzig. Also es wird dann schwanken zwischen zwei Meter und drei Meter siebzig. Und in den Schläuchen werden wir bis zu 40 Meter Tiefe haben, also in den Randbereichen zu den Dörfern und zu den Bereichen des Ufers. Sodass der See doch eine ausgewogene Wassertiefe haben wird. Damit sind die umliegenden Gemeinden also auch geschützt, wenn das Wasser im See mal ansteigt. Damit sich die Oberfläche des Seebodens mit der Flutung auch nicht mehr verändert, muss er noch verdichtet werden. Dafür ist in der Lausitz das weltweit größte Gerät im Einsatz. Die Hälfte ist bereits geschafft. Die Besucher werden hier aber frühestens in acht Jahren wieder sein können. Das können sich aber immer noch nicht alle vorstellen. Also real ist es noch nicht. Man kann es sich nicht vorstellen. Man hat Visionen. Ich finde das gut, dass es irgendwann soweit ist. Und auch wir Cottbus ja mit dem Ostsee dann auch touristisch das ganze Gebiet ein bisschen mehr erschließen können. Ja, es ist schon vorstellbar, dass irgendwann in zehn Jahren man hier baden gehen kann an der entsprechenden Stelle. Und es ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, mit welchen logistischen Aufwendungen das realisiert wird und mit welcher fachlicher Weitsicht eigentlich auch. Es sind ja so viele Sachen zu berücksichtigen, die man eigentlich als Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht kennt. Bis 2025 soll der ehemalige Tagebau dann komplett geflutet sein. 126 Millionen Kubikmeter Wasser müssen dafür in den See. Rund 12 Prozent davon kommen aus dem Grundwasser, der Rest wird von der Spree über den Hammergraben zugeleitet.